Heute habe ich für euch The Scream mitgebracht, ein druckfrisches Buch aus dem Hause Fester, aus der Reihe Pulp Legends, ich glaube das ist die Nummer 22 und das Cover verspricht schon so ein bisschen Action und geballte, sagen wir mal, Brutalität. Okay, das Buch ist wirklich richtig, richtig blutig und nimmt auch kein Blatt vor den Mund, es ist, wie gesagt, Pulp Legends, das heißt, es ist ein etwas älteres Buch, das ist nichts modernes, so, es ist in den 80ern geschrieben und der Horror in den 80ern, wer so alte Horrorfilme guckt oder alte Horrorbücher liest, weiß, das ist alles ein bisschen, wir würden es heute als trashig bezeichnen, aber es ist nicht unbedingt trash, Also, das Buch ist wirklich toll geschrieben und ich muss dazu aber sagen, es sind veraltete Darstellungen von Frauen, es ist stellenweise ein bisschen dolle misogyn und nichtsdestotrotz, wenn man es so liest, wie es damals geschrieben wurde, in diesem ganzen Kontext sieht, ist es in Ordnung und es hat, ich bin noch nicht durch, aber bis jetzt hat es sehr viel Spaß gemacht, das Buch zu lesen. Ich kann euch aber sagen, das ist ein ganz schön dicker Wälzer. Also, wenn ihr an Halloween noch nichts vorhabt, dann holt euch sehr gerne das Buch, das ist übrigens wieder einmal auf 999 Exemplare reduziert, begrenzt, aber es gibt noch, es gibt noch genug für euch alle. Und ja, worum geht es in dem Buch? Also, ich fand die Thematik wirklich interessant und ich fand es toll, dass das mal so aufgegriffen wurde, weil ich persönlich mir da noch nie drüber Gedanken gemacht habe. Ihr kennt ja bestimmt so Sprüche wie, wenn da so Metal läuft oder sowas, dass dann Leute kommen und sagen, was ist das für eine Exorzistenmusik. Tatsächlich hat der Rock und die Rockmusik eine lange Geschichte, vor allem in den USA, im Kampf darum, nicht als satanistische, bösartige Musik bezeichnet zu werden, was sie ja wurde. Der Kampf zwischen dem christlichen Fundamentalismus und Rockmusik, die komplette Generationen befreit haben aus alten Rollenbildern, aus alten Regeln, dass man da ausbrechen konnte, das war mir nie so bewusst, wie verteufelt diese Musik wurde. Ja, da heißt es dann, dass alle die Rock und Unterformen von Rock hören und produzieren, dass die Satanisten sind, dass sie Rituale machen und sicherlich einige Bands spielen auch mit diesen veralteten Klischees. Und besonders würde ich jetzt sagen, das ist jetzt keine Musik, die ich höre und ich könnte jetzt auch nicht so Bands oft sehen, aber das ist ja das, was man immer so ein bisschen sieht, dass besonders Metal-Bands ja mit diesem dunklen, verteufelten Zeug spielen und da so immer mal Elemente einfließen lassen, was aber nicht heißt, dass diese Musik dazu führt, dass man andere Menschen umbringt. An dieser Stelle will ich das nur nochmal sagen, nicht, dass das hier irgendwie falsch aufgegriffen wird. Ja, und darum geht es in diesem Buch. Es geht um den Kampf zwischen Rock und christlichen Fundamentalismus. Aber tatsächlich gibt es eine Band, auf die kommen wir gleich zu sprechen, die Menschen dazu bringt, dass sie sich gegenseitig umbringen. Denn eine böse Kraft aus dem Vietnamkrieg als Relikt kommt aus den düsteren Ecken des Dschungels rüber und benutzt die Musik tatsächlich für eine große Auferstehung. Und das fand ich ganz interessant, dieses Setting. Und wir werden uns auch gleich mal so in die Vorgeschichte so ein bisschen Vorkapitel einlesen. Erstmal den Klappentext. Eine dämonische Macht erwacht in einem von Krieg zerrissenen Dschungel und benutzt eine Rockband, um in unsere Welt einzubrechen. The Scream heißt die mysteriöse Band, deren Album The Critical Mass die Kids von Küste zu Küste verrückt macht. Etwas Dunkles und Ewiges umgibt sie. Ihre Musik ist jenseitig, ihre Texte verstören, ihre Botschaft ist unheilig. Das Geschrei der Fans ist ihr Evangelium. Und sie meinen es ernst. Sie töten. Sich gegenseitig. Alle. Rock'n'Roll und das Böse passen großartig zusammen. In den 80ern hatten Leute wirklich Angst vor Black Metal. Satanic Panic. Sex und Drogen. Teufelsverehrung und Gewalt. Die Ursache war diese Musik. Zumindest wollten uns die Moralapostel das glauben lassen. Der Protagonist ist übrigens ein Liedsänger einer anderen Band, der so gegen ein paar christliche, fundamentalistische Vertreter der Kirche kämpft. Und das ist auch ganz interessant. Schon früh am Anfang gibt es einen Talkshow-Auftritt, wo die so ein bisschen diskutieren. Und natürlich die christliche Kirche, also die, die, ähm, ja, doch die Christen und die Kirche, die haben ganz schön viel Dreck am Stecken. Das wird ja immer so nach hinten gekehrt, wenn die sich so als die Erlöse und die Heiligen darstellen und so moderne Sachen wie Musik verteufeln. Aber ja, alle wisst ja, was Musik mit euch macht. Sie kann einen antreiben, motivieren, befreien, ähm, Gefühle ausdrücken. Und das ist total wichtig, auch in der Zeit schon gewesen, Musik, ähm, ja, so freien Lauf zu lassen, nicht zu verbieten. Das hat, wie gesagt, Generationen befreit. Und, ähm, wir beginnen auf einer kleinen Hausparty. Es heißt Intro. Und das ist ganz interessant, weil die Kapitel so nach Seiten benannt sind, Seite 1 und so weiter. Und an dieser Stelle, das Buch ist wirklich nichts für sensible Personen. Ähm, es ist sehr, sehr, sehr blutig. Es kommt viel Sex natürlich vor, ähm, Drogen, Konsum und, ähm, wir gehen jetzt erstmal auf eine Teenager-Party. Let's go! Donnerstag, 12. Juli 1988, Diamond Bar, Kalifornien. Perry hatte keine Augen mehr, aber das war egal. Das alte Bibelzitat war auf den Kopf gestellt. Perry hatte keine Augen, und doch konnte er sehen. Sollte Jesus da doch mal eine Weile drauf herumkauen. Dr. Wylers Wreck Room war ein kalifornischer Traum aus unverputztem Ziegelstein und Stuck, aus Lehmrot und Wüstensandbraun. Der Mann, der schon jenseits der 50 hatte Stil. Das Haus der Wylers war typisch für die Gegend um Diamond Bar. Ein vornehmes, gemütlich, elegantes Terrassenhaus, das soziale Aufstieg und St. Gabriel Valley schick ausstrahlte. Jede Linie, jede Kurve war sauber, klar und neu. Jeder Raum war geschmackvoll mit üppigen Holzarbeiten, glänzenden Messing und Naturstoffen eingerichtet. Aber der weitläufige Freizeitraum im Erdgeschoss war das Beste. Es gab eine gut bestückte Bar gegenüber den von Wand zu Wand reichenden Gläsern und Terrassenschiebetüren, die hinaus zum Pool führten. Es gab eine Naiman-Marcus-Dartscheibe und daneben an den Wänden von namenlosen mexikanischen Kleinbauern gewobene Wandteppiche. Matsch-schwarze Capri-Trag-Lampen an der Decke, Eichenholzpaket, Blumenkübel mit Zwergpalmen und Fikusbäumen an den Seiten. Der riesige Sony-Triniton-Fernseher, der fast eine ganze Ecke des Rahmens einnahm, leuchtete wie ein Portal in eine andere Dimension. Das kleine auf rustikal getrimmte Wreck-Room-Schild aus Treibholz hing schräg über einer farblich-einheitlichen Ledersofalandschaft, die ausreichend Platz für sechs Zwingerpärchen bot. Und in der hinteren Ecke stand der luxuriöseste, buschlandgrüne Billardtisch, den Steve Beaker mit seinen 17 Jahren je erblickt hatte. Ein fantastischer Ort für eine Party. Schade nur, dass Dr. Wiler und seine Frau nicht dabei sein konnten. Im Wreck-Room war die After-Show-Party außer Kontrolle geraten. Keine große Überraschung. 15 zugedröhnte Screamers, dachte Steve. Also Screamers sind die Groupies der Band Scream. The Scream. Waren keine Tupper-Party. Sie tanzten zum Dröhnen der Bang- und Urlaubsen-Stereo-Anlage, knutschten oder schnarchten in den Ecken. Sie verschütteten Getränke und hinterließen mit ihren Zigaretten kleine Brandflächen auf den Sofa-Modulen der grünen Filz-Hochebene, dem polierten Holz der Bar und des Parketts. Sie waren high auf Koks und Dope, Tequila und Bier. Aber hauptsächlich waren sie high auf The Scream. Das erfickt beste Konzert, das ich je gesehen habe, schrie Diki und Steve war geneigt, ihm zuzustimmen. Nur weniger überschwänglich. Er rühmte sich ein bisschen vernünftiger zu sein, als die meisten der Headbanger, mit denen er abhing. Aber sie standen auf die gleiche Musik und es war schön zu wissen, dass selbst ein so in seiner Ausdrucksweise eingeschränkter Mensch wie Diki auf The Scream abfahren konnte. Steve war auf einen Blick zum Fernseher. MTV spielte schon wieder The Screams, Philly of Soul von ihrem Doppelplatin-Debütalbum. Die Band hatte damit das erste Konzert ihrer landesweiten Megatournee eröffnet, vor weniger als drei Stunden. Das Video selbst war großartig, voller Sex, Drogen und Rock'n'Roll, genau wie es sein sollte. Aber die Bilder an Steves Kopf waren noch besser. Wenn er die Augen schloss und sich sehr, sehr still verhielt, konnte er sich fast wieder zurück teleportieren. In die sechste Reihe Mitte, wo er direkt nach oben unter Tara Paynes winzigen Rock starrte, als sie mit schwingenden Hüften zum Rand der Bühne tänzelte. Er konnte die ultraschmale, verspiegelte Sonnenbrille sehen, die über der asiatischen Perfektion ihrer Gesichtszüge lag. Er konnte die wilden, schwarzen, schweißglänzenden Haare sehen, die wie tausend nadelspitze Schlangen peitschten. Ihre zierliche Schönheit war ein fast schon schmerzhafter Anblick, und ihr Gesicht wurde nur von ihrer Figur übertroffen. Nie zuvor hatte Steve gesehen, wie sich so viele perfekte Kurven so perfekt bewegten. Jede Geste war ein Schlange- und Mausspiel. Sechzig Sekunden, und er war bereit zu sterben. Die Band donnerte durch den Song Rod Royale, der gebieterischen Liedgitarrist, die wie ein Kronprinz der Dunkelheit in Nieten beschlagenen Leder über die Bühne stolzierte, während sein Zwillingsbruder Alex inmitten seiner Sinti-Batterien den durchgeknallten Amadeus gab. Und Gene und Terry an Bass und Schlagzeug in engem Synkopen-Geflecht das Fundament legten. Die Band hatte den unangefochtenen Anspruch, die synchronste Band im Lexikon des Post-Metal-Cybertrash zu sein. Aber sie war weit mehr als das. Sie war mehr als eine Mode, mehr als ein Credo. Sie war Magie. Sie war eine gottverdammte Lebensart. Wenn Rod und Alex spielten. Aber vor allem, wenn Tara sang. Im Video setzte sie gerade zum Todesstoß an. I want your body, no bones about it. Want you to know that I can't live without it. Steve Beaker öffnete die Augen und sah sich im Spiegel hinter der Bar. Zufrieden stellte er fest, dass er bei weitem nicht so zugedröhnt aussah, wie er sich anfühlte. Die Rundum-Sonnenbrille half natürlich. Genau wie die Entfernung vom Spiegel und die langen dunklen Locken, die sich kunstvoll in sein Gesicht herum ergossen. In seinem reifen Alter von 17 Jahren war er bereits ein Veteran des Drogenmissbrauchs. Er kam mit dem Scheiß klar. Oder konnte es gut verbergen, womit er nicht klar kam. Was man von einigen der Teenies auf dieser Party nicht sagen konnte, besonders von der bezaubernden Gastgeberin. Cindy Wyler schlingerte an seinem Spiegelbild vorbei, aufrecht gehalten von Eddie, ihre schlanken Gliedmaßen wie Gummi. Unsere Gummi-Barbie, murmelte Eddie und lachte. Steve lächelte und schüttelte den Kopf. Aber es stimmte, genau wie die Party war Cindy völlig außer Kontrolle. Cindy Wyler war die 15-jährige Tochter des Doktors. Sie über das Wochenende allein zu lassen, war vielleicht nicht die klügste Idee gewesen. Sie war blond und wie eine nordische Pinner-Prinzessin gebaut. Ganz Titten und Bräune und gerade perfekte Zähne. Mit dem IQ eines Toasters. Alles in allem die aussichtsreichste Kandidatin für Unzucht mit Minderjährigen, die Steve sich vorstellen konnte. Vor allem in den liebevollen Händen von Eddie Hansen, dem Schwanz ohne Gewissen. Ihn in Aktion zu sehen war, als würde man einen Panther dabei beobachten, wie er mit seinem Mittagessen spielte. Das Ergebnis stand von vornherein fest. Steve hoffte, dass sie eins der Katzenbabys nach ihm benennen würden. »Jo, Eddie«, rief er. Eddie drehte sich um. Cindy, die am Arm ihres Begleiters taumelte, fuhr in einer Zentrifugaldrehung herum. Ihre blauen Augen glänzten hell und leer. »Was denn?«, dröhnte Eddie. Sein Gesicht war ein Totenkopf-Abbild hagerer, eingeübter Arroganz. Sein Haar war hoch und schwarz, hinten lang herunterhängend und über den Schläfen abrasiert. Ein direkter Tribut an den von Rod und Alex perfektionierten Screamer-Look. Es gab seinem Antlitz einen leichenhaften Touch und betonte die kältesten glühenden Augen der gesamten Diamond Bahai. Er drehte sich auf einem Bein und schlug das lange Ende seines schwarzen Drillig-Mantels routiniert über seine schwarze Lederhose zurück. Was seine Gewandung nicht sofort zum Ausdruck brachte, ergänzte sein unverschämtes Grenzen. Er war jung, böse, amoralisch und amüsierte sich prächtig. Ein Screamer bis auf die Knochen. Du hast doch nicht vor, unsüchtige Taten an diesem armen Mädchen vorzunehmen, oder? Sieht irgendwie so aus, oder? Versprechen! Versprechen! nuschelte Cindy. Sie kicherte, verlor das Gleichgewicht und unterlag der Schwerkraft. Ups! fügte sie hinzu, landete mit dem Gesicht voran in Eddies Achsehöhle und kicherte noch ein bisschen mehr. Solange sie weiß, was sie tut, meinte Steve. Sieh's mal so, Mann, entweder sie fährt voll drauf ab, oder sie wird sich an nichts erinnern. Oder beides! kreischte Cindy und lachte gackernd. Ihre Arme hingen kraftlos an Eddies Brust. Sie zitterte und bebte vor Lachen. Eddie zuckte mit den Achseln. Steve tat es ihm gleich. Bring sie lieber ins Bett, bevor sie alles vollkotzt. Steve grinste betrübt, als Eddie nickte und sich abwandte seinen Fang am Schlepptau. Du mieser Arsch! fügte Steve gerade laut genug hinzu. Eddie lachte und ging die Treppe hoch. Das Kresse daran war, dass Eddie wirklich ein Arsch war. Nicht im üblichen 24-Stunden-Sinn. Er war witzig, er war cool, er war großzügig mit seinen Drogen. Ein Arsch war er hauptsächlich in der Art, wie er Mädchen und andere vermeintlich Unterlegene behandelte. Umgarnen, benutzen, zusammenknüllen und wegwerfen. John Macy trat neben Steve. Sein trüber Blick folgte dem Paar die Treppe hinauf. John trug fast die identische Aufmachung wie Steve oder Eddie oder die anderen zwei Dutzend Screamer auf dieser Party, aber irgendwie hing bei ihm alles schief. Es war ziemlich eindeutig, dass Macy dazu verdammt war, unbeholfen durchs Leben zu trotten, ewig der Falsch-Untertitel zu Eddies richtig zu sein. Und das wusste er verdammt auch. Ja, ich kann einen ganz schönen Wurm, was? sagte Macy und trank einen Schluck aus seiner Bierflasche. Der Scheißgerl kriegt die ganzen geilen Bräute. Ich stelle ihn mir gerne in 30 Jahren vor mit Kugelbauchen ohne Haare. Macy lachte. Er war high genug, um es sich vorstellen zu können. So gut, dass Dempsey nicht hier ist, du weißt, wie dieser Spinner mit Cindy ist. Ja. Oh ja, Steve wusste nur zu gut, wie Perry Dempsey war. Er sah noch immer das Glitzer an der Messerklinge vor sich, selbst mit drei Wochen Abstand. Was glaubst du, warum er nicht hier ist? fragte Macy. Was meinst du? Die Messerspitze hatte ein tiefes Grübchen in die weiche Haut und das tiefes Kinn gedrückt und eine gefühlte Ewigkeit dort verharrt. Nady hat ihn auf dem Konzert abgeschüttet, hat ihn irgendwo in der Menge verloren. Macy lächelte und sah überrascht aus. Es war in der Highschool ein offenes Geheimnis, dass der kleine Perry Dempsey-Guy auf Cindy Wiler war. Wow, sagte er. Was hat das Cindy erzählt? Dass Perry woanders mitgefahren ist. Steve lachte. Vor drei Wochen hat er es überhaupt nicht lustig gefunden. Ich weiß nicht, was ich machen würde, wenn ihm jemand wehtun würde, hatte Perry mit seiner zittrigen kleinen Stimme gesagt. Steve hatte nicht sank gelächelt und gewartet, dass der andere sich endlich verzog. Vielleicht das hier. Und das Messer kam hoch. Steve, das musste man ihm zugutehalten, hatte die abgefahrene Situation entschärft, indem er absolut nicht reagierte, außer ganz ruhig zu sagen, ich glaub nicht, dass das eine gute Idee wäre. Und irgendwie hat es funktioniert. Soviel zum Unterhaltungswert rasendalversucht. Das Messer stoppte sofort und schabte nur leicht über die weiche, stoppelige Haut unter seinem Kinn, wie um abzuwägen, wie klug es wohl wäre, nach oben zu stoßen. Steve wartete. Das Messer senkte sich. Perry lächelte und als er davon schlurfte, sah er betrunken oder zugedröhnt oder sogar ein bisschen verdrossen aus. Er war gerade auf der Voridiotenskala seines Jahrgangs eine Stufe aufgestiegen. Eddie ist ein raffinierter Hundesohn, das ist mal klar. Ja, sagte Macy. Und Dempsey, ein blämlicher. Erwiderte Steve und musste an das Lachen denken, dass das unblutige Zurückgleiten des Messers in sein Futural begleitet hatte. Niemand zu Hause, nur ein Nachtlicht im Keller. Chucky on Amstreet. Und das alles nur wegen eines harmlosen Flirts, der nicht mehr zu was führte. Vor drei Wochen in Dickies Haus auf der Treppe sitzend ein bisschen mit ihren Haaren spielen, das Tequila schlaffe Fleisch ihrer Schultern kneten, ein paar schlappe Anmachsprüche in Form frecher Scherze. Keine große Sache, oder? Falsch, Mann. Nicht, wenn man Perry Psycho Dempsey war, der Teenage Norman Bates von Diamond Bar, Kalifornien. Dann spielt es auch keine Rolle, dass das Mädchen, dessen Ehremann verteidigte, einen nicht mehr mit der Kneifzange anfassen würde. Da gab es nur noch Volldampf voraus mit der Klinge voran durch den Duschvorhang. Ja, scheiß drauf, sagte John Macy und schlug Steve mit der Hand auf die Schulter. Steve kehrte mit einem Ruck in die Gegenwart zurück. Ich hol mir noch eine Flasche und geh in Whirlpool. Klingt gut. Hm, absolut, Mann. Sie klatschten sich mit ihrem High-Five ab, der den festen Händedruck als angesagtes Grußritual dieser Zeit abgelöst hatte, und Macy steuerte auf die Bar zu. Und das hatte bestimmt was zu bedeuten, dachte Steve. Das Liebespaar war längst verschwunden. Perry wanderte wahrscheinlich immer noch auf dem Parkplatz der Sporthalle herum und bedrohte die Schatten mit seinem Messer. Was Mami und Daddy ihn vorher nicht fanden, heißt das. Wenn das geschah, würden sie ihn wahrscheinlich kreuzigen. Steve drehte sich zum Panoramafenster um und sah hinaus. Ein Weg aus Schieferplatten schlängelte sich hinter dem Haus entlang. Man konnte die Sauna sehen, den japanischen Steingarten, den Whirlpool und dahinter den Swimmingpool. Wie gesagt, Dr. Weiler mangelt es nicht an Stil. Es sah aus, als würden sich ein paar nackte junge Leute am Pool tummeln. Vielleicht sollte Steve sich da anschließen. Es war ein Uhr, die Nacht war noch jung und wurde mit jeder Minute älter. Mary Hedge war die Erste, die den knochenweißen Cadillac des Rancher Road Drive heraufrollen sah. Sie war 15, relativ groß für ihr Alter, und gerade dabei eine Figur zu bekommen. Ihre Brüste würden wahrscheinlich nie wirklich groß sein, aber auf jeden Fall größer als die Knubbel, die sie jetzt hatte. Ihre Hüften andererseits schienen fürs Kinderkriegen gemacht zu sein. Hoch und breit genug, um einen neuen Pfünder rauszuquetschen, ohne groß in Schwitzen zu kommen. Ein gebärfreudiges Becken, wie ihre Mutter immer sagte. Und es kam aus ihrem mütterlichen Genpool, zusammen mit ihrer Körpergröße und ihren Haaren und in ihrer grünäugigen Kurzsichtigkeit. Gebärfreudiges Becken. Vielen Dank auch, Mom. Es sah in einem Bikini scheiße aus, aber ihre Beine... Diese Beine waren lang und schlank, so wie ihre obere Körperhälfte. Und auch wenn sie ihr Gesicht zu kantig und ihren Hintern zu breit fand, wurde sie immer noch oft genug angebaggert, um davon überzeugt zu sein, dass sie attraktiv war. Mary Hedge hatte sich ins Gebüsch verzogen und versuchte sich in einer Technik, die nur wenige Frauen je wirklich meistern. Im Stehen zu pinkeln. Ihre Bemühungen waren bislang nur von mäßigem Erfolg gekrönt, als der Caddy in Sicht kam. Genau genommen hörte sie ihn zuerst nur. Sie war kurzsichtig, ihre Brille lag unten beim Pool. Und vor allem war sie zu gedröhnt bis über die Ohren. Aber der Ranchiro Drive war die einzig gut beleuchtete Straße auf dem Hügel. Mary folgte einfach dem fernen Brummen, bis sie fast ganz unten den winzigen weißen Fleck bemerkte. Dieser Teil von Diamond Bar war nachts normalerweise ruhig, wie Mary wusste. Seit sieben Jahren wohnte sie drei Häuser weiter den Hügel hinauf. Die meisten Nachbarn klappen um elf ihrer Auffahrten hoch, die anderen um zwölf. Das war sicherlich einer der Gründe, warum sie mit zusammengeknüpfenen Augen den Wagen anstarrte. Die anderen waren nicht so leicht, festzumachen, aber ihre Wirkung war nachdrücklicher. Der Wagen machte sie nervös. Mary blickte zurück zum Pool. Ihre Urinkritzelein im Sand waren vergessen. Sie konnte keine der nackten Gestalten erkennen. Für sie waren sie so formlos und verschwommen wie Wolkenansammlungen. Aber ihr Anblick ließ ein nervenzermürbendes Bild in ihrer drogenverstärkten Fantasie aufblitzen. Eine große Form, kleine Formen, Wasser, Gefahr. Hai. Das Wort dröhnte wie ein großer weißer Zehn-Meter-Gong durch ihren Schädel. Hai. Sie schloss die Augen und die Bilder wurden sofort deutlicher. Bilder von zerfetztem Fleisch und Schreien, von dunklem Wasser, das in der Hitze des Tötens brodelte. Sie sah sich die Bilder zweifolle Sekunden lang an. Das war mehr als genug. Jetzt war sie nicht mehr nervös. Jetzt hatte sie Angst. Gänsehaut kroch über ihren vielzunackten Leib. Sie spürte plötzlich das plötzliche starke Verlangen, sicher und warm in ihrem kleinen heimeligen Bett zu liegen. Unbekleidet und so nah am Wasser fühlte sie sich mehr als verwundbar. Sie fühlte sich wie ein Wurm am Haken. Und der Wagen kam näher. Die letzten Tropfen Urin spritzten an die Innenseiten ihrer Beine. Sie hatte ganz vergessen. Na toll, sagte eine Stimme in ihrem Kopf. Jetzt pinkelt sie sich auch noch selbst an. Ihre Verärgerung war nur vage, übertönt von ihrer zunehmenden Panik. Sie dachte an ihre Klamotten, ihre Brille und ihre Freunde. Sie dachte daran, wie weit entfernt sie waren, wie schwer einzusammeln, um damit zu fliehen. Nein, sagte sie sich unvermittelt streng, das ist albern, du bist zugedröhnt. Wie buchstabiert man Paranoia, LSD und K-O-K-A-I-N? Das war die Stimme der Vernunft. Sie klang alles andere als überzeugend. Und der Wagen kam näher. Ihre kleinen Pfütze ausweichen, schlich Mary zum Rand des Grundstücks. Dort waren die Hecken am höchsten und trennten die Weilers wirksam von den benachbarten Cronenbergs. Das Grundstück mit einem hohen Holzzaun zu umgeben, hätte nicht ins allgemeine Bild gepasst. Das hätte die Landschaft verschandelt, den Blick den Hügel hinabgestört. Da territoriale Eigentumsrechte aber dennoch von hoher Priorität waren, hatte Dr. Wyler sich für die logische Alternative entschieden und die Hecken außen mit einem so gut wie unsichtbaren Elektrozaun umgeben, den er manchmal auf eine wirklich gefährliche und hochgradig illegale Spannung hochdrehte. Mary hatte die Aussackung vor vier Jahren sehen können, als Sindys Hund Astro einen mächtigen Frisbee fangenen Sprung in den Zaun und ins Jenseits gemacht hatte. Nicht schön. In sicherer Entfernung zum Zaun verbarg sie sich im Gestrüpp und hielt sich an ungefährlichen Heckenästen fest, als wären es die Griffe eines Periskops. Sie beobachtete den Wagen, der näher kam und näher, bis Details des Fahrzeugs aus schräger Perspektive sichtbar wurden. Groß, weiß, Cabrio mit einem ganzen Haufen dunkler Gestalten auf den Sitzen. Mary sah diese Dinge so gut, wie sie konnte, in dem Moment, bevor der Wagen die Auffahrt der Weilers erreichte. Dann sah sie zu ihren Klamotten, ihre Brille, ihren Freunden und blieb, wo sie war, im Gebüsch, nackt, allein. Das Schlafzimmer drehte sich wie ein Karussell. Ein Zeitlupen taumel durch ein Meer aus Tequila-Gold. Cindy schloss die Augen, um es auszublenden, aber die Dunkelheit war noch schlimmer. Cindy war die Achse im Zentrum dieses Karussells und wünschte sich nichts verzweifelter, als auszusteigen. Aber sie konnte nicht, weil Eddie sie auf die Designerlaken des Ehebetts ihrer Eltern drückte. Er war drei Jahre älter und zehn Zentimeter größer und die fast 20 Kilo, die er mehr wog, als sie bestanden hauptsächlich aus Muskeln. Außerdem war er bei weitem nicht so betrunken wie sie. Die Chancen standen gut, dass der Raum sich für ihn nicht drehte. Das waren ziemlich entscheidende Vorteile. Eddie hatte sie genutzt, ihr das übergroße schwarze Wildlederhemd auszuziehen, ihr das knallgelbe, ärmellose T-Shirt über die Nippel hochzuschieben und ihre Paley-gemusterte Bundhose aufzuknöpfen. Letzteres machte er jetzt Anstalten, ohne ihr Zutun von Cindy's Hüften zu gleiten. Ganz allmählich dämmerte ihr, wenn auch nur sehr verschwommen, dass Eddie vielleicht doch nicht der tollste Kerl der Welt war und dass er vielleicht nicht ihre besten Interessen im Sinn haben könnte. Er war umwerfend, klar, und die meisten ihrer Freundinnen würden mit Freunden auf Kommando feucht werden, um seine Aufmerksamkeit zu erregen, aber das änderte nichts an der Tatsache, dass es aussah, als wollte er sie besteigen. Und bislang war kein Wort über Verhütung gefallen. Es war nicht ihr erstes Mal, darum ging es nicht. Hier kamen nur gerade beträchtliche Zweifel. Cindy blickte auf. In diesem trüben, schwimmenden Licht war es extrem schwer, Eddies Gesicht zu erkennen. Die Tatsache, dass es zwölf davon hatte, die sich am Rand ihres Gesichtsfeldes wie ein Riesenrad drehten, war dabei nicht gerade hilfreich. Sie konnten die Umrisse seiner hochtopierten Haarspitzen sehen, den schwachen Schimmer seiner Rundum-Sonnenbrille, das noch schwächere Schimmern seines Raubtiergrinsens. Irgendwie beruhigte sie das alles nicht. Eddie, sagte sie, das Wort kam dumpf heraus, mit Tequila gelähmter Zunge. Eddie ignorierte es. Seine Aufmerksamkeit war ganz auf ihre Hose gerichtet, die er gerade über ihren Hintern herunterzog, auf dem Weg zu ihren Füßen. Seine Finger hinterließen Spuren verschwommener Empfindung, die ihre nackten Oberschenkel kitzelten. Erregung und Beklemmung vermischten sich, ein einzelnes schizophrenes Gefühl, das langsam im Nebel kreiste. Eddie, lauter, aber nicht deutlicher. Es nützte immer noch nichts. Sie begann sich zu wehren. Er hielt sie fest. Lass das, sagte er. Eddie, hör auf! Mein Gott, Cindy! Leicht genervt. Komm schon, der mächtige Godzilla erwartet dich. Er war jetzt auf den Knien und rutschte nach oben, bis er rittlings über ihren fast nackten Hüften saß. Seine Finger wanderten zur Mitte seiner Brust, wo die Reißverschlussseine schwarzen Overrides begannen. Durch das Wummern der Musik unten hörte Cindy das sanfte Flüstern der sich öffnenden Metallzähne. Nein, sagte sie. Doch! Der Reißverschluss sah bis zu seinem Nabel heruntergewandert. Nein, wiederholte sie, aber es war ja ein Flüstern. Der Kopf des Dings, das er Godzilla nannte, tauchte auf, um Luft zu schnappen. Zyklopisch starrte Cindy an, der Rest folgte kurz darauf. Zwölf waren es insgesamt, in dieser riesen Raddrehung, ein rotierendes Bouquet aus Penissen, nur 20 Zentimeter von ihrem Mund entfernt. Deine Zunge, sagte er, ist Tokio und das Monster ist im Anmarsch. Er zielte und beugte sich nach vorn. Das Kreischen von Bremsen erklang direkt unterhalb des Fensters. Genauso gut hätte man Cindy ein Nagel in den Hintern rammen können. Sie war einen halben Meter in der Luft, als das schrille Jaule in ihre Ohren erreichte. Ebenso Eddie. Beide schrien im Chor. Cindy's Stirn, nicht ihre Zunge, hat den mächtigen Godzilla begrüßt. Eddie kippte nach hinten, sie fiel auf den Rücken. Au, au, scheiße, schrie Eddie und hielt sich das gequetschte Anhängsel des Monsters. Cindy wollte schon sagen, dass es ihr leid tat, entschied sich dann aber, dass es nicht stimmte. Das ganze Gekreische und Aufspringen hatten ihren Adrenalinspiegel in die Höhe gejagt. Die Welt und ihr Körper waren noch immer außer Kontrolle, aber ihr Verstand hackte sich durch den Nebel wie ein scharfes Beil. Das Fenster war offen, die beigefarbenen Vorhänge tanzten im Wind wie sonnengebräunte Geister an einem mitternächtlichen Strand. Cindy kroch auf den farblich passenden Laken zum Rand des Betts, langte ein halben Meter über den leeren Raum hinweg, ohne das Gleichgewicht zu verlieren, packte das Fensterbrett, zog sich hoch und sah über die Kante. Den knochenweißen Cadillac, der vor der Haustür im Leerlauf tuckerte, kannte sie nicht. Und zuerst kam mir auch keiner der sechs Insassen bekannt vor. Sie hätte irgendwelche der 30.000 Scream-Fans sein können, siehe die heute Abend in ihrer Kriegsmontur das Konzert besucht hatten. Sie hätten Eddie sein können. Was sie aber nicht waren, denn Eddie war direkt hinter ihr, immer noch stöhnend und sich die Eier haltend. Cindy kämpfte mit ihrem Sehvermögen, versuchte angestrengt, das viele zu einem zu fokussieren. Es war nicht leicht. Der Tequila hatte sich nicht in Luft aufgelöst. Wer seid ihr, war halb aus ihrem Rachen, als sie plötzlich erkannte, dass sie es vielleicht gar nicht wissen wollte. Niemals. Aber da war es natürlich längst zu spät. Hey Cindy! Hey Baby! Heute ist die Nacht der Nächte! Der Schatten, der er da schrie, saß auf dem Rücksitz und seine Sonnenbrille war direkt hoch zu ihrem Gesicht gerichtet. Er sah aus und klang vage vertraut, aber die Stimme hatte so ein fieses Kratzen, dass sie völlig unbekannt vorkam und auch das Gesicht weigerte sich deutlich zu werden. Was willst du? rief sie nach unten. Ich will dich, Baby! Ich will deinen Arsch! Eww! Die anderen Wagenansassen stimmten in seinen Ruf ein. Sie stiegen aus. Messer blitzten am Mondlicht. Das war der Moment, in dem Cindy verschwommen bewusst wurde, dass diese Typen es vielleicht ernst meinten. Das war der Moment, in dem die Party richtig losging. Er hatte keine Augen mehr. Er brauchte sie nicht mehr. Sie waren nur zur feuchte Relikte seiner Vergangenheit, immer angefüllt mit ihren beschissenen Spiegelbildern dessen, was sie in alle ständig spüren ließen. Der Schleppschwanz. Das, der Psycho, das Muttersöhnchen. Seine Vorherlichkeit platzenden Eltern würden ihn die nächsten 20 Jahre auf sein Zimmer sperren, wenn sie herausfanden, dass er sich weggeschlichen hatte, um zu einem Scream-Konzert zu gehen. Und dass sie es rausfinden, war so ziemlich garantiert, nachdem seine verfickten sogenannten Freunde ihn dort auf dem Parkplatz zurückgelassen hatten. Er hatte sie sogar noch gesehen, wie sie sich in Eddys Wagen quetschten und lachten, während er sich noch durch die tobenden, aufgedrehten Menschenmassen kämpfte. Sie waren absichtlich ohne ihn losgefahren. Lachend. Sogar Cindy. Lachend. Und er hatte da gestanden im Chaos überdrehter Kids und Bullen, die auf dem Parkplatz aufeinander eindroschen, und hatte laut geheult, aus Wut und Frustration und Zorn auf Dinge, die außerhalb seiner Kontrolle lagen. Er hatte geheult wie ein kleines verlorenes Lamm. Und das war der Moment, in dem die anderen ihn fanden. Es war, als hätten sie die ganze Zeit dort gewartet. Darauf gewartet, dass er diesen Augenblick maximaler Verzweiflung erreichte. Er hatte auf dem Parkplatz gestanden, am Brücke in den Rand des tiefschwarzen Abgrunds seines 15-jährigen Lebens und gesehen, wie der knochenweiße Cadillac neben ihm hielt. Er hatte gesehen, wie die Tür sich öffnete und die lange, kalte Hand herauslangte, um ihn hineinzuziehen. Sie gab ihm eine Mitfahrgelegenheit, aber das war nicht alles. Bei weitem nicht alles. Sie nahmen ihm etwas. Ja, aber sie gab ihm so viel mehr zurück. Auf dem Rücksitz hat seine kalte, weiße Hand nach unten wandert, um den Reißverschluss seiner Jeans zu öffnen, und eine andere nach oben, um spitze, weiße Nägel auf seine flatternden Lider zu legen. Da gaben sie ihm ein bisschen Schmerz und sehr viel Wonne und die Verheißung von viel, viel mehr. Er schob die Finger unter seine Sonnenbrille und berührte die noch feuchten Ränder der Löcher, die einmal seine blauen Augen gewesen waren. Was machte es schon, dass sie jetzt Geschichte waren? Scheiß drauf, der Schmerz war mit ihnen gegangen und die Einsamkeit, und das war gut so. An ihrer Stelle war da ein neues Bewusstsein, einer rätselhaften Bestimmung. Ein Wissen, das alles wie ein Uhrwerk ablief und er jetzt ein glückliches Zahnrad im Masterplan war. Tick, 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 tick. Und als seine neuen Freunde, seine wahren Freunde, um ihn herum auf den Rasen strömten, spürte er eine Freude und eine Gemeinschaft und eine Macht, wie er sie in seinem kurzen Leben nie gekannt hatte. Er würde bekommen, was er wollte, jetzt und immer da. Und hier war ein ausgezeichneter Ort, um damit zu beginnen. Naja, ihr könnt euch ja sicherlich vorstellen, was als nächstes passiert. Es fängt also wirklich wie so ein klassischer Teenie-Splitter an, aber ich würde sagen, das wird noch ganz schön heftig und es ist wirklich ganz spannend geschrieben. Falls es euch bis hierhin schon gefallen hat, kann ich euch wirklich wärmstens empfehlen, das ganze Buch zu lesen. Zum Ende kann ich noch gar nichts sagen, weil ich, wie gesagt, auch noch nicht durch bin, aber das werde ich jetzt am Wochenende beenden, das Buch. Und ich bin ganz froh, dass wir immer mal wieder so eine kleine Zeitreise machen und nicht nur die ganz, 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 ganz alten und ganz neuen Horrorsachen lesen, sondern alles dazwischen. Jedes Buch ist ein kleiner Stein auf dem Pflasterweg der Horrorliteratur. Und das ist natürlich auch ein ganz interessantes Buch. Falls es euch, wie gesagt, gefallen hat, ihr könnt es nur auf der FESTA Homepage kaufen, nirgendwo anders. Das ist wie so ein Privatdruck ohne ISBN, also könnte ich bei Thalia oder Amazon oder so bestellen, das geht nicht. Deutsche Erstausgabe, das heißt, es gibt es nur bei FESTA, nur im Privaten. Und da ist es limitiert auf 999 Exemplare. Aber es sind noch genug da. Also, selbst wenn das Video hier auf YouTube kommt, denke ich, habt ihr noch eine Chance, das Buch zu bekommen. Und ja, dann viel Spaß beim Lesen.